Wem gehört Palästina? Eine Frage, die man seit dem aktuellen Krieg in Gaza immer wieder hört. Warum diese Frage zu nichts führt, darum geht es in diesem Video. Ich werde klären, was man unter Palästina versteht, wer die Palästinenser sind und warum die Konflikte dieser Region vielen so unüberwindbar scheinen. Mein Name ist Daniel Gerlach, ich bin Autor, bereise seit 25 Jahren die Länder des Nahen Ostens und habe die Geschichte der Region studiert. In diesem Video beschränke ich mich auf einen Aspekt des Konflikts, der mir für das Verständnis wichtig erscheint. Ich werde keine lückenlose Geschichte der Palästina-Frage oder des Nahostkonflikts präsentieren. Die Palästina-Frage geht dem Nahostkonflikt gewissermaßen voraus. Um sich ihr zu nähern, muss man Palästina genauer definieren. Palästina, auf Arabisch Philastin, ist ein geografischer Raum zwischen dem Fluss Jordan und dem östlichen Mittelmeer. Kulturell und sprachlich eng verbunden mit Syrien, Jordanien und dem Libanon. Dieses geografische Palästina aber ist nicht gleichbedeutend mit dem Territorium der Palästinenser oder dem Staat, der nach dem Versprechen der internationalen Gemeinschaft auf diesem Gebiet entstehen soll. Es gibt nach meinem Dafürhalten weder einen historisch zu begründenden Anspruch der Palästinenser noch einen der Juden auf das gesamte Palästina. Daher ist die immer wieder gestellte Frage, wem gehört Palästina, eigentlich ziemlich unsinnig. So, als müsste man nur weit genug zurückgehen, um einen Besitzanspruch zu ermitteln. Und doch beherrscht sie bis heute die Diskussion und spitzt sich 1948 mit der Gründung des Staates Israel zu. Israel versteht sich als jüdischer Staat, hat aber auch eine arabische Bevölkerungsminderheit. Außerdem gibt es eine palästinensische Bevölkerung, die man früher als Palästina-Araber bezeichnete, die keinen eigenen Staat hat. Sie lebt teilweise unter israelischer Besatzung und teilweise als Nachfahren arabischer Flüchtlinge der verschiedenen Nahostkriege in den Nachbarländern Israels. Die zielführendere Frage ist für mich deswegen nicht, wem gehört Palästina, sondern die Palästina-Frage. Ist es möglich, und wenn ja, wie, Palästina so zu ordnen, dass die Interessen beider, der jüdischen und der arabischen Bevölkerung, gleichermaßen berücksichtigt werden. Dass beide frei und selbstbestimmt auf dem Territorium Palästinas leben können. Einer der ersten gewissermaßen westlichen Autoren, der den Begriff Palästini verwendet, war Herodot. Und als die Römer im 2. Jahrhundert nach Christus die Provinz Syria-Palästina gründeten, übernahmen sie diesen griechischen Begriff. Einer weit verbreiteten Deutung zufolge stammt er von den Assyrern. In deren Quellen ist von einer Gegend namens Palashtu am westlichen Ende ihres Reiches die Rede. Und es kann sein, dass damit das Land der Philister gemeint ist, von denen in der Bibel immer wieder als Feinde der Stämme Israels die Rede ist. Deren bedeutendste Stadt war Gaza. Und Gaza, auf Hebräisch Asa, wird immer wieder auch in der Bibel erwähnt. Wie Jerusalem ist Gaza eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte der Region. Eine uralte Handelsstadt an einem strategischen Knotenpunkt zwischen Ägypten und den orientalischen Reichen, die abwechselnd über Palästina herrschten. Mit dem Begriff Palästinenser wiederum hat es eine etwas andere Bewandtnis. In moderner Zeit, bis ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts, war die Region Teil des Osmanischen Reiches. Die arabische Bevölkerung Palästinas stand überwiegend unter der Herrschaft des Gouverneurs von Damaskus in Syrien. Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg übernahmen die Siegermächte, Frankreich und Großbritannien, sogenannte Mandatsgebiete und trennten unter anderem Syrien und Palästina voneinander. Palästinenser, Palästiniens, war seit 1925 die offizielle Bezeichnung für die Bewohner des britischen Mandatsgebiets Palästina. Und wenn man sich die alten Zeitungen der 20er und 30er Jahre anschaut, was ich gemacht habe, dann stellt man fest, darin ist immer wieder von Palästiniens die Rede. Damit können sowohl die Palästina-Araber gemeint sein, als auch die jüdische Bevölkerung, die seit dem 19. Jahrhundert vermehrt aus Europa nach Palästina eingewandert war. 1947 sprechen die Vereinten Nationen sogar von The Two Palestinian Peoples, den beiden palästinensischen Völkern. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts setzte sich im Zuge der palästinensischen Nationalbewegung der Begriff Palästinenser für die Araber-Palästinas durch. Das hier ist Viscount Herbert Samuel, ein britischer Politiker, der 1920 zum ersten Hochkommissar über das Mandatsgebiet Palästina bestellt wurde. Samuel war ein Liberaler und entstammte einer jüdischen Familie aus Lancashire, weshalb er manchmal als erster jüdischer Herrscher über Palästina seit der Antike bezeichnet wird. Er hatte große Sympathien für den Zionismus, also die politische Bewegung zur Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina, die damals bereits im vollen Gange war. Aber seinen Auftrag definierte er selbst in einem Memorandum so. Er wolle die Interessen aller Bewohner des Heiligen Landes vertreten. Und so schreibt Samuel 1921 nach London, er sei überzeugt, dass sich die Mittel finden lassen, um beides in Einklang zu bringen. Dass das nicht gelungen ist, scheint heute, über 100 Jahre später, ziemlich klar. Wie ernst dieses Vorhaben damals tatsächlich gemeint war, bleibt bis heute ein Streitpunkt für Historiker. Die Palästina-Frage bezieht sich also nicht nur auf die Zukunft der arabischen Bevölkerung oder die Errichtung eines möglichen Staates für die Palästinenser, sondern auf die Ordnung und die damit verbundene wechselseitige Beziehung jüdischer und arabischer, sowohl muslimischer als auch christlicher Bewohner des damaligen britischen Mandatsgebiets. Die zionistische Bewegung organisierte die Einwanderung von Juden aus Europa. Das wurde befördert durch den wachsenden Antisemitismus in Osteuropa, die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und den Zweiten Weltkrieg. Denn die Kombination aus deutscher Vernichtungspolitik gegenüber den Juden und den militärischen Eroberungen der Wehrmacht bedrohte das Leben von Juden überall in Europa, aber auch zum Beispiel in Nordafrika. Nun war das palästinensische Mandatsgebiet nicht unbewohnt, sondern es gab bereits eine arabische, christliche wie muslimische Bevölkerung mit bedeutenden Städten wie Haifa, Nablus oder auch Jerusalem. Die jüdische Gemeinschaft, auch Yishuv genannt, organisierte sich in der Jewish Agency for Palestine mit einer gewählten Führung, die von den Briten als Vertretung anerkannt wurde. Die Palästina-Araber wiederum hatten zunächst gar keine Notwendigkeit gesehen, sich zu organisieren, weil sie keinen eigenen Staat anstrebten, sondern Teil der großen Region Syrien bleiben wollten. Da die Briten aber eine arabische Interessenvertretung brauchten, ernannten sie gewissermaßen selbst eine. Es entstand ein hoher Rat unter Führung eines religiösen Würdenträgers, des Mufti von Jerusalem. Schon in den 20er Jahren kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen arabischer und jüdischer Bevölkerung, die in den 30er Jahren mit der arabischen Revolte bürgerkriegsähnliche Zustände annahmen. Die Briten beschlossen, die Palästina-Frage wieder zurück an die internationale Gemeinschaft zu delegieren. Besonders in Europa und den USA überwog damals die Ansicht, dass man für einen zukünftigen Frieden die Völker voneinander trennen und, wenn nötig, auch umsiedeln muss. Das war der Zeitgeist nach der Erfahrung zweier Weltkriege und vieler ethnischer Konflikte in Europa. Der Begriff Bevölkerungsaustausch hatte Konjunktur, was in vielen Fällen Vertreibung und Deportation bedeutete. 1947 legen die gerade erst gegründeten Vereinten Nationen einen Teilungsplan entlang ethnisch-religiöser Identität vor, zwischen der jüdischen Gemeinschaft in Palästina, die etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmacht, und der arabischen Mehrheit. Die Vertreter der Araber lehnen ab. Als die Führer der jüdischen Gemeinschaft von Palästina 1948 den Staat Israel ausrufen, geben sie damit ihre Antwort auf die Palästina-Frage. Es gibt nun einen, einen jüdischen Staat. Und unmittelbar auf die Unabhängigkeitserklärung folgt der Erste Nahostkrieg. Die neu gegründete israelische Armee kämpft nun gegen palästinensische Verbände und mehrere arabische Armeen, die Israel den Krieg erklärt haben. Und die Verwicklung der arabischen Staaten macht die Palästina-Frage zum Nahostkonflikt. Und auch Großmächte wie die USA oder die Sowjetunion werden in seinem Verlauf immer wieder Position beziehen. Die Palästinenser, die eigentlich die Hauptleidtragenden sind, rücken in den Hintergrund. Und der Konflikt wird hauptsächlich als ein arabisch-israelischer angesehen. Als Israel später, im sogenannten Sechstagekrieg von 1967, gegen Ägypten, Syrien und Jordanien siegt, erobert es auch solche Gebiete, in denen Palästinenser leben und die damals unter jordanischer beziehungsweise ägyptischer Verwaltung standen. Sie gelten bis heute als die besetzten Gebiete. Ost-Jerusalem, das Westjordanland, der Gaza-Streifen und die auf syrischem Territorium befindlichen Golan-Hüllen. Wie sehr der Nahostkonflikt die Palästina-Frage überlagert, sieht man schon an der Resolution der Vereinten Nationen 242 von 1967, in der der Sicherheitsrat Israel zum Rückzug aus den besetzten Gebieten auffordert. Die Palästinenser tauchen darin gar nicht auf. Daher rührt der Eindruck, dass Israel, seine arabischen Nachbarn und die internationale Gemeinschaft den Nahostkonflikt hauptsächlich als ein arabisch-israelisches Problem betrachten. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Palästina-Frage zum Nahostkonflikt und der Nahostkonflikt wiederum von allerlei anderen weltpolitischen Konflikten überlagert. Der größte von ihnen war lange Zeit der sogenannte Kalte Krieg, der Kampf zwischen dem westlichen von den USA geführten und dem östlichen von der Sowjetunion geführten Lager. Der Westen rüstete die israelische Seite auf, der Osten die arabische. In dieser Zeit genoss auch der bewaffnete palästinensische Widerstand Unterstützung der Kommunisten, wohl weniger, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu ermöglichen, sondern als politisches Druckmittel gegen Israel und seine westlichen Unterstützer. In den 80er Jahren brach dann die Intifada aus, wie man den Aufstand der Palästinenser in den besetzten Gebieten nennt. Sie fiel zusammen mit der Auflösung der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges. Etwas früher, ebenfalls in den 80er Jahren, war Israel auf der Jagd nach palästinensischen Guerillakämpfern in den Libanon einmarschiert und hatte dort eine Besatzung errichtet. Und das führte zur Gründung einer bewaffneten schiitischen Bewegung im Libanon, die Hezbollah, die seither immer wieder Krieg gegen Israel führt, auch nachdem Israel Ende der 90er Jahre den Großteil des libanesischen Territoriums wieder verlassen hat. Die Islamische Republik Iran nutzt die Hezbollah als Vehikel, um ihre Macht in die arabische Welt zu projizieren. Israel und die Unterdrückung der Palästinenser sind dafür ein strategischer Vorwand. In den frühen 90ern sah es eigentlich kurz so aus, als würde der Nahostkonflikt wieder auf seine Kernfrage zurückfallen. Wie ist es möglich, Palästina so zu ordnen, dass Israel und die Palästinenser dort selbstbestimmt in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können? Der sogenannte Osloer Friedensprozess sollte das richten. Es waren die ersten diplomatischen Verhandlungen zwischen Israel und einer Vertretung der Palästinenser in Form der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Allerdings wurden dabei einige der wichtigsten Fragen ausgeklammert. Es fiel den Extremisten auf beiden Seiten deshalb sehr leicht, diesen fragilen Prozess wieder zu destabilisieren. Im Jahr 2000 brach die sogenannte Zweite Intifade aus. Gruppen wie die Hamas übersäten Israel mit Selbstmordattentaten auf zivile Ziele, Israel bombardierte die palästinensischen besetzten Gebiete und auch die Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde, die eigentlich Israels Partner hätten sein sollen, die man aber für den Ausbruch der exzessiven Gewalt mitverantwortlich machte. Global trat die Terrororganisation Al-Qaeda auf den Plan. Nach den Anschlägen auf New York und Washington am 11. September 2001 wähnten sich die USA in einem globalen Krieg gegen den Terror. Und wieder trat die Palästina-Frage in den Hintergrund. Es verbreitete sich etwas verkürzt gesagt im Westen der Glaube, dass man mit Antiterrorkampf auch dieses Problem irgendwann in den Griff bekommen könnte. In den letzten Jahren schien es zeitweise als könne und müsse man sich wieder verstärkt der eigentlichen Frage widmen. Immerhin hat Israel mit einem Teil seiner Nachbarn Frieden geschlossen und ist den anderen militärisch haushoch überlegen. Es gab weniger weltpolitische Gründe und Vorwände, um eine Lösung der Palästina-Frage weiter auf die lange Bank zu schieben. Aber in Israel wurden derweil die Kräfte stärker, die einen palästinensischen Staat ablehnen oder sogar einen exklusiven jüdischen Anspruch auf ganz Palästina propagieren. Der 7. Oktober, der bislang folgenschwerste Angriff der Hamas aus Gaza auf Israel, hat die Lage abermals verändert. Die Geopolitik ist zurück im Nahostkonflikt und sie spaltet die Weltöffentlichkeit. Die arabische Welt, die Länder des sogenannten globalen Südens, aber auch der NATO-Partner Türkei wenden sich, wie es derzeit scheint, vom Westen ab und sie werfen eben vor, Israel zu unterstützen, ohne sich für die notleidende palästinensische Bevölkerung zu interessieren. Russland, China, die USA stehen sich feindselig gegenüber, weshalb man gemeinsame Initiativen zum Frieden eigentlich nicht erwarten kann. Und die Palästina-Frage? Sie bleibt. Ein ungelöstes internationales Problem, auf das nicht nur die Konfliktparteien eine Antwort finden müssen, sondern auch die internationale Gemeinschaft. Für mehr historisches Wissen abonniert ihr am besten diesen Kanal und wenn ihr zur Palästina-Frage eine Meinung habt und darüber diskutieren wollt, dann bitte bleibt in euren Kommentaren fair und respektvoll. In der Beschreibung zum Video findet ihr einige Literaturtipps von mir. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinschaut.